Planet Schule ist ein Multimedia-Archiv oder eine Multimedia-Plattform von SWR, WDR, speziell für die Schule. Da sieht man schon die nächsten Sendungen, die dann tatsächlich im Fernsehen laufen, oft sehr früh, müsste man also im Prinzip aufnehmen, oder man findet sie eben dann hier. Man kann sich die Sendetermine anschauen, man kann nach Fächern geordnet, nach Dingen suchen, man kann im Multimedia-Pool gucken, zum Beispiel nach Simulationen oder DVDs oder was, dann steht hier auch noch zum Beispiel für Tablets geeignet. Je nachdem, was man dann daheim hat, kann man hier einfach mal stöbern und findet sicher einige schöne Multimedia-Anwendungen, die man im Unterricht gut gebrauchen kann.